Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Kaliko. Ja, ähm, wir müssen jetzt hier Aufgaben erledigen. Und zwar, wir müssen einmal zu Ash, dann zu Estelle, Lumi und Zing. Und können dann nochmal in der Stadt nach Angeboten rumschüffeln. Ja. So, auf einmal du. Darling, schön, dich zu sehen. Magische Mäuserich. Eine riesige Katze, sagst du? Wie aufregend. Natürlich kann ich dir etwas von meiner Magie leihen. Sie ist zwar etwas altmodisch, aber sie erfüllt ihren Zweck und noch einiges mehr. Danke, danke. Und ab geht's zu den Angeboten. So, Müll, aber Auslage drin. Und nee, süßes Bett. Nö. Hässlich. Nö, nö. Nö. Den können wir mal mitnehmen. Aber sonst ist hier nichts großartiges Piratenhut, wer braucht denn sowas? Hatenschwanz Katzenohren Bodyconrock Eine kaputten Jacke, die nehme ich So, das hätten wir Dann brauchen wir noch Äsch Äsch ist meistens hier oben Hallo Was geht? Magischer Mäuserich Du brauchst eine magische Maus, um eine riesige Katze auszutricksen Sag es nicht mehr, ich helfe dir Ich füge noch ein bisschen mehr von Maya Kusin Magie hinzu Falls die Katze es scharf mag Sehr gut Ähm Er hat nichts cooles da Gut Gut, dann gehen wir mal weiter Müssen wir in die Stadt da Ich weiß immer noch nicht, wie die heißt Zählte das Tier jetzt eigentlich separat? Nee Hm, hier fehlen noch drei Dinger Die mit dem Hut zählte nicht Okay 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 Und dann geh ich mich wieder So, das ist die Stadt Und dann gehen wir mal weiter So, jetzt müssen wir Lumi und Singen. Ich hoffe, Lumi war hier. Ich würde sagen, häng dich bitte nicht wieder auf. Danke. Singen wir auf jeden Fall hier. Da, Sing. Wer bist du? Ach du meine Güte, hi. Ein riesiges Kätzchen und du willst es verscheuchen? Ich will dir helfen, nach Hause zu kommen. Oh, nun, ich hatte vor, den Hexenwald wieder zu besuchen. Ich werde das riesige Kätzchen umarmen, wenn ich dort bin, denke ich. Wie auch immer, hier ist etwas Magie für dich. Ich habe extra Umarmungskraft in all meine Magie gelegt. Okay, Lumi müssen wir uns nochmal angucken. Lumi. Schneeglockenberge. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020